Und ich dachte man muss neben der Mikroos sein, aber nein, das braucht man nicht. Nein! Dann, dann. Dann, dann. Dann, dann. Ah, gut. Nein, cool. Ups. Ah, klatsch gegen die Mauer. Ah, ich muss einen Schluck trinken, ey. Ja, musst du? Ja, meine Augen, ey. Fuck. Fuck. Geht sofort weiter. Zisch, plupp, weg. Oh. Fuck. Nein, der Geist. Wow, da kommt ja von der anderen Seite auch noch einer. Fuck. Nein. Fuck. So, weiter. Weiter, 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 da, 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 da. Mann, alles deine Schiffflash. Ha. Meine Schuld. Yay. Ach, verdammten Idioten. Was, 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 was? Da kommen Steine? Was? Wo denn? Äh. Und nicht die Röhre. Nicht die Röhre. Wo ist da hinten eigentlich so ein Steinmännchen? Oder was soll das sein? Oder Japanisch Steinmännchen für Loser? Ich hab keine Ahnung. Aber wie hast du denn in die Röhre reingeschafft? Einfach so irgendwann hab ich's geschafft. Irgendwann sagst du das. Okay. Mhm. Okay. Ich bin drinne. Nein. Ich hab geladen. Du darfst nicht saven. Du darfst nicht saven. Das ist dein Tod. Das kann uns zu dein Tod führen. Wenn du savest. Okay. Ich mach zwei Save bei den Stein. Okay. Alter, warum schaff ich dieses verkackte Level jetzt? Weiß ich nicht. Aber vor allem so schnell, ne? Ja, was ist los heute? Ich hab keine Ahnung. Ah, komm. Ich hab das ja auch schon wieder weiter geschafft. Gib mich in das Level rein. Also ich kann nicht in der Röhre speichern? Also wenn ich drin bin. Ich hab's geschafft. Ja, hast du? Ja. Bawawaw. Da, jetzt ist mein Bild schwarz. Continue and save. Ja. Also mein... Mein Spiel ist schwarz. Ich weiß nicht warum. Meine Ahnung. Ich save mal lieber die letzten Ballen. Ach ja. Ich bin jetzt mein Boss, ne? Was? Ja. Ein Geister schon sieht aus. Bitte sei Hintergrund nicht schwarz. Echt? Das Problem ist... Ich darf... ...nicht gedrückt halten beim Springen. Alter, was ist denn hier los? Was denn? Wo ist das Geister, der will denn so scheiße? Es geht. So schlimm ist das gar nicht. Das hast du. Ja, sag ich. Also halt zum Haul. Aber da war voll viel Zeit. Hat man auch. Achso. Echt extrem viel Zeit. Aber auch, weil das wirklich schwer ist. Okay. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Safe. Wir machen mal nur die ersten beiden. Okay. Ich mache jetzt mal hier einen Safe-Durchgang. Safe. Wo muss ich jetzt hin? Ah, okay. Ich würde dir raten... ...ehm, echt ein Video dazu anzugucken. Ne. Das weißt, wie du weit... ...wo du weit lang musst und so. Und ob du schaffst, ist ja viel überlassen. So ist das ja nicht. Safe. Safe. Aua, voll in die Flammen reingelatscht. Und so habe ich. Ich tippe mal, dass ich beim Bowser weiterhüpfen muss. Ja, musst du auch. Genau so habe ich aber auch gleich richtig getippt. Okay, schön, wenn ich unten bin, darf ich saveen. Ey, wie soll das denn gehen? Was geht? Doch gar nicht. Ah! Fuck. Ahaha, ich Idiot. So muss das denn gehen. Ey. Ja, du bist echt ein Idiot. Das stimmt. Lass mich in Ruhe, du Geist. Verdammter Faggot. Nein! Ich bin wieder klein geworden. Das ist wahrscheinlich aber mein Tod, wenn ich klein bin. Nein! Nein! Ich sag ja, das ist mein Tod, wenn ich klein bin. Das... Was ist das für ein Müß? Was ist das für ein Mist? Alles deine Schuld, gleich. Nee. Doch. Lass grad mal gucken, wie man... Okay. Nein, ich fall immer wieder runter. Das klappt doch so wie ich jetzt sagen. Ach, du scheiß Flammtypi. Fick dich doch. Deine Mutter, du Flammtypi. Deine Mutter. Deine Mutter. Auf'n Kuda. Ist lustig am Zusehn. So, das klappt. Ich weiß, ich weiß. Sind wir jetzt beide in dem gleichen Level? Das ist auch mal ein Zufall, oder? Ja, das ist echt ein Zufall, dass wir beide im gleichen Level sind, nur dass ich schon beim Boss bin. Ja, und ich hab... Ja, und ich hab... Ja, und ich... Dieses eine Level... Weiß auch nicht, warum ich das geschafft habe. Ich auch nicht. Weil du schlecht bist. Darum hast du's gesagt. Genau, und ich schlecht bin. Ja. Die Schlechten schaffen alles, weißt du doch. Ne, das Level ist doch zum Kotzen hier jetzt. Ich find das ganz imuisant. Nein, der Boss. Mit dem Boss. Warum? Das wird lustig, sag ich dir jetzt schon. Ist ja so schwer. Ja. Auch, ich sag ja nur, du hast vier Blöcke. Nur vier Blöcke, die du auch schmeißen musst. Auf den Boss. Au. Ja. Au. Das ist so ne Scheiße. Dann kannst du das auch erst mal Kalkheit verfehlen. Ja. Und dann hast du noch so ein Shells... Feuer... Also diesen Flammen wieder bei dir. Ich und ich spring mal in den Arsch rein. Und vor allem musst du groß sein in den Level. Ich hab so... Ich hab komisch gesaved, ne? Ja, so wie ich wahrscheinlich, ne? So komisch. Dieser Stein bei dem Bowser da runter fällt. Ja. Da hab ich genau gesaved vor. Ja, cool. Hab ich nämlich auch. Ja. Ist aber ein bisschen brutal gerade. Ja, brutal ist kein Ausdruck. Alter. Alter. Total ist kein Ausdruck in dem Level hier. Nein. Und auf der Flamme da konzentriert drauf zu halten. Das kann ich nicht. Hä? Unter den Pflanzen, der das sich konzentriert... Ah, komm schon. Oh. Ist ja auch behindert. Muss ich oben in die Röhre oder nicht? Guck doch. Oh, send das bitte, ey. Schnell, 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 schnell. Sag ich dir nicht. Ach du Arsch, ey. Muss ich jetzt ein Video angucken. Du musst in die Röhre rein, klar. Okay. Und dann musst du woanders noch wo lang. Aber sag ich dir nicht. Ja, wir haben aber schon wieder 40 Minuten... Ich weiß. ...um. Deswegen sollen wir sagen... ...werden wir hier die Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal bei Kaizo Mario. Ciao, ciao. Tschüss.